Obla. Ich werde ja, aber mein Internet ist zu kacke für Owe. Ja, Ikuto spielt eigentlich auch Owe. Ah, Owe jetzt oder was? Ja, Owe jetzt. Donnerstag ist eigentlich immer Overwatch-Tag. Dann warte mal kurz. May, kommst du auch? Ah, okay. Epik hat heute leider keine Zeit. Epik ist leider verhindert. Aber er würde beim nächsten Overwatch-Stream auch mitspielen wieder. Ich hoffe, May, du kommst noch in den Call rein. Ich hätte Bock auf Owe. Ja, ich bin ja drin. Also, wer reinkommt, lade ich ein. Wie sieht's bei dir aus, May? So, Monu, du bist eingeladen. Äh, du bist ja bei mir auf Overwatch. Oder? Äh, auf Discord. Sollte ich dich eigentlich haben. Wieso gemutet bleiben? Äh, über... Über den... Über den... Über meinen... Twitch-Kanal kann man auf meinen Discord zugreifen. Aber wenn... Aber wenn du willst, ich kann... Boah... Boah... Bist du nicht bei mir auch im Dings drin? Du solltest eigentlich drin sein. Ne, du bist nicht drin. Wieso bist du nicht drin? Willkommen... Dann... Wieso bist du nicht drin? So, ich hab dir eine Anlautung gesendet. So. Sehr schön. Willkommen in meiner Community. Ach so. Ist immer noch nicht streamtauglich. Ja gut. Wir warten jetzt noch auf May. Unsere gute May. Unsere gute May. Auf unsere gute May warten wir noch. Da ist sie ja. Hi. Hallechen. Na, wie geht's? Gut. Ich hab schon gedacht, ich könnte heute nicht Overwatch 2 spielen. Ja. Ich weiß auch nicht, was da los war. Vor allem am Anfang, bevor ich spielen konnte, sagte... Okay. Ähm. Aha. Ja, klar. Darfst du eintreten. Eintreten. Klar. Keine Frage. Ne, ähm... Bei mir hieß es so, ja, Passworte eingeben und so. Und ich hab gedacht so... Hä? Ja, war bei mir auch so. Und ich so gedacht... Ich hab keine Ahnung. Ich so, was ist denn jetzt mein Passwort? Jesus Gott! Ich hab gedacht, ich krieg die Krise, ne? Ich hab echt gedacht, jetzt krieg ich die Krise. Sehr schön, dass du drauf bist jetzt auf meinem Discord-Server. Bin sehr froh drauf. Darüber. Manu. Und... Jetzt warten wir, bis wir... Ich hab gedacht, morgen... Morgen ist Freitag. Morgen spiele ich... Ähm... Morgen spiele ich Minecraft. Mach das. Ähm... Und... Am Samstag oder Sonntag, je nachdem... Würde ich... Würde ich... Resident Evil spielen. Und... Diesmal wirklich versuchen, weiterzukommen und nicht immer wieder in dieser Ecke zu sitzen. Ich saß ja recht lang in diesen... In dieser komischen Ecke. Ja, im Keller. Äh, nee, es war nicht mal ne... Es war nicht mal wirklich ein Keller. Es war kurz vorm Keller. Nee, das ist die Garage. Ja, aber es liegt weiter unten. Also es ist für mich der Keller. Ja, gut. Aber... Ich meine, du weißt ja selbst, was im Keller dann noch passiert. Ja. Äh, nicht im Keller. Mann, jetzt sag ich auch schon Keller. Siehste? Ist ein Keller. In... In der... Nee, nicht in der Waschmaschine. In der... Äh... In der Garage. Du weißt ja auch, was in der Garage passiert. Ich weiß es nur wegen... Wegen... Äh... Let's Plays schauen. Resident Evil 7. Ja. By the way, Manu. Genau, Biohazard. Ähm... Seid ihr drinnen? Bei mein... Ich weiß nicht, mein Spiel... Also ich bin drin, aber du nicht. Nicht, irgendwie... Das lässt mich meinen Charakter nicht wählen. Wie bitte, was? Äh... Jetzt. Okay. Super. Ja. Ja, beim ersten Spiel ist mein Internet immer sehr... Anstrengend. Ach, Kacke. Und schon ist jemand... Ah, Manu ist gestorben. Ah, sorry, ja. Ich... Kann mich nicht bewegen. Ja. Wie bitte, was? Ja, beim ersten Overwatch-Spiel ist mein... Waaah! No, 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 no. So scheiße. Oh, scheiße. Dass ich überhaupt nicht klarkomme. Es tut mir leid. Schon gut. Die erste Runde wird scheiße. Ja, also ich bin jetzt gerade gestorben. Ja, also ich bin jetzt gerade mal raus aus dem Schiff. Ich bin gerade mal gestorben. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Jetzt sind wir da. Oh, die haben Symmetra. Ich höre sie. Irgendwo links ist wer? Oh, ja. Ich sehe eindeutig sehr viel. Oh. 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 Scheiße. Von hinten. Oh Gott. Ich sehe nichts. Okay. Hm. 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 Oh. Ah. Manu ist jetzt zu Roadhog gewechselt. Oder hat zu Roadhog gewechselt. Oh. Wer ist da oben? Wer ist da oben? Der braucht Heilung. Ich bin froh, wenn ich weiß, wo ich bin. Sorry. Kein Problem. Manu, ähm. Tut mir echt mal leid. Kein Problem. Wart, komm. Geh. Oh, was? Nein, 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 nein. Oh, komm. Okay, diese Runde verlieren wir tatsächlich, also. Ja. Es tut mir leid, ich kann echt nicht. Das liegt nicht an dir. Doch, mein Internet ist absolut scheiße grad. Was passiert mit meiner Waffe? Kein Wunder treffe ich nicht. Danke. Also meine Pistole, die spinnt grad völlig. Also meine Pistole, die spinnt völlig. Was ist das? Das ist klar. Da hat er's geschafft. Ja, das ist ein Mercy-Bug. Ich finde den ganz lustig. Ach, das ist... Ich habe gedacht, mein Internet spinnt jetzt völlig. Nee, das passiert manchmal. Aber die wackelt extrem. Ja, aber das hat eigentlich keinen Einfluss. Dann bin ich froh. Irgendwie ist es ja schon lustig, aber irgendwie, wenn man das noch nie hatte, dann denkt man sich so, hä, ist jetzt mein Spiel kaputt, ist jetzt mein Internet kaputt, was... Was auch immer. Heute habe ich auch schon Overwatch gespielt. War relativ lustig. Das ist tatsächlich mein erstes Spiel seit, ähm... Oh Gott, hab dich... Ja, ich hab dich doch. Seit letztem Donnerstag. Ja, äh, sorry. Kein Problem. Oh, Reaper ist hinter dir, ja. Ja, er ist tot. Und... Oh Gott. Hinter mir? Nicht hinter dir, ich... Oh Gott. Ich bin am Zielpunkt. Ich komme überhaupt nicht. Der eine ist runtergefallen. Sehr schön. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht tot. Nein, 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 nein. Nein, 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 неaus. olas sucks, never mind. Das ist richtig. Au! Das ist heavy gerade. NEIN! Was hat mich jetzt getroffen? Aha! Wir haben das geschafft. Wir haben das geschafft. Ah ja. Ah! Ja, sorry. Kein Problem. Ich sollte auch für Nubodomega herausfordern. Das ist keine gute Idee. Was auch, sie können uns sehen. Ach nee. Ne, 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 ne! Mann, Mann! Bruder Mau! Dreh dich doch rum, wenn du von hinten angeschossen wirst. Du Idiot. Ich bin vollständig genesen. Mit Idiot meine ich mich. Ah! Oh, nee. Wer ist das, der gerade Heilung braucht da vorne? Ähm. Ah! Widowmaker. Gut, unsere Widowmaker ist wieder voll gesund. Oh, nee! Komm hoch! Danke! Bitte! Warte! Warte! Nein! Nein, 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 nein nein! Komm weg, komm weg, komm weg! Hum! Ich bin vollständig seit die Bernd mit der Verbeer aber mein Gott aber nicht sie sollte vorsichtig sein Prozent der Zartling ich bin da Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön Achtung, Reaper Old wahrscheinlich Äh, da oben ist ein Ding Oh, scheiße Sehr schön Oh, gut, gut, gut Jo Ich hab gemerkt, äh, Overwatch und, und, ähm Und Resident Evil ist echt beliebt bei mir geworden Resident Evil? Ja, ja Ja, ja, ist das auch ein cooles Spiel? Ich meinte, ich hatte beim letzten Stream Sieben Zuschauer, ne? War echt geil Na gut, hat natürlich auch Spaß gemacht Nur das Und ich bin dir ehrlich gesagt auch dankbar, dass du mir irgendwie, äh Ne, das war Epic Was meinst du? Ich bin drum rumgekommen, um, äh, bei Resident Evil Ja, ja, das war Du hast es zwar nicht so cool gefunden, hab ich das Gefühl, ne? Ja, äh, Dai und ich wollten unbedingt eigentlich, ähm, ähm, Resident Evil, ähm, schauen Ja Ah, scheiße, am Boden war dieser blöde Laser Ich hab den erst gesehen, als ich gestorben bin Toll, scheiße Ja, ich hab versucht, ihn wegzubekommen, aber ich konnte Ich muss wieder auf meinen Posten Heilung ist effizient Melde mich zu dir an Äh, bist du gerade gestorben? Ja Ja Ich versuche es zu dir zu kommen Super, die sind mir nicht weg Die sind mir nicht weg, mei Ich bin schon, ich bin schon weg Okay, schade Dann hol ich ihn halt Der Kampf steht kurz bevor Nein, wieso muss er jetzt genau naden? Ich hätte den Fastdown gehabt Und da muss, muss Mercy nachladen Mann Ich hab echt gedacht, jetzt bringe ich ihn Jetzt bringe ich Bestien tot Ich komme Äh Ups, das war zu weit Du kannst auch hier, äh Mach mal lieber Sojour und nicht mich Ich bin, ich greife mich so oft an Und dann Naja, okay, Moment Oh, shit Ah, scheiße What? Ich hab schon 8 Kills? Ich spür grad echt scheiße Ich hab schon 8 Kills Das hab ich jetzt kaputt gemacht Okay Ich bin hier, um zu helfen Ich bin hier, um zu helfen Ich erhöhe deinen Schaden Ich bin hier, um zu helfen Ich bin hier, um zu helfen What the? Oh, scheiße, das war seine Dings Seine Ulti Die mich gekriegt hat Fähigkeiten werden noch gebraucht Mann, unter dir ist ein Ja, okay Aha Ich muss mir angewöhnen, wenn du Mau sagst, meinst du mich Und wenn du Manu sagst, meinst du ihn Ich muss mir das angewöhnen Ich lade Yara ein Okay Und ich hab ne Anerkennung Sehr schön Und Schon 2 Anerkennungen erhalten Sehr schön Also als Heiler kriegt man echt viel Anerkennung Ja, vor allem als Mercy Das ist so, ja Ich hab eine bekommen Schließe 8 Spiele ab Siege zählen doppelt Okay Ich will den neuen Helden Ich will den neuen Helden Der ist cool Ich will den irgendwie nice Dann haben sie, hä? Yara hat die Gruppenanfrage nicht beantwortet Hilfe Ich hab vorhin den Döner gegessen Ich will mich 6 Kilo schwerer Ich spiel in letzter Zeit In letzter Zeit, ja In letzter Zeit echt gerne Mercy Ich weiß nicht, wieso Sie macht ja auch Spaß Das schon, ja Hey, und ich hab letztens einfach 8 Kills gerade gehabt Juhu Sehr schön Ey, ich krieg sonst nie 8 Kills mit Mercy Das ist Ich hab den Bug nicht mehr Weißt du, vorher Vorher hab ich mich darüber aufgeregt Jetzt reg ich mich auf, weil ich den Bug nicht mehr habe Ich warte, dass sie noch da drin ist Dass ich noch Tests machen könnte Uh Melde mich zum Dienst Hi Hallo Bin gerade voll in der Wand reingeknallt In die Wand reingeknallt Hey, ich kann kein Deutsch mehr Alles gut, ist ja auch schon relativ spät Ja, trotzdem Und morgen bin ich Mit meiner älteren Schwester unterwegs Ah Also eigentlich Hatte sie ja Eigentlich hätte sie ja Morgen eine Sie haben einen Scharfschützen, by the way Ja Probearbeiten Als Quarfeös Aber irgendwie hat sich das Erledigt Wieso erzählt sie mir morgen Okay We need a tank, guys Spiel du ein tank Mein lieber Dann Uah, scheiße Wow Ich Ich habe mich Ich habe nur kurz drauf geschossen Und schon John ist Eräuer tot Ah, wir haben einen Tank Und ich bin gleich rot Bleib bei uns was ist oh Gott auf jeden Fall eben wollte ich eigentlich gestern bei ihr zu Qua Füße gehen aber daraus wird jetzt wohl nix und somit werde ich halt morgen nicht zum Qua Füße gehen können aber trotzdem mit ihr Zeit verbringen können ist auch gut du kommst hoch schon gut alles Clotus hallo Clotus willkommen in meinem Stream schön dass du zu uns gefunden hast viel Spaß in meiner Community viel Spaß oh pass auf da ist ein Reaper ne ja das aber danke das war jetzt blöd das war jetzt blöd ja gut gemeint aber naja hat nicht so viel gebracht auch was soll das ja ich kann ihn nicht ich kann sie nicht wiederholen die Tracer jemand greift mich an das ist der soldier ok ok scheiße mhm oh shit oh shit oh shit oh Gott die die meisten englischen Wörter die bei mir kommen ist wirklich shit ja ja ich hab heute schon mit meinem Mod Ikuto Black ähm den Pexelmon schon ein bisschen gespielt da ist so was lustiges passiert dazu kommt mal sobald ich es richtig äh schneiden konnte und so irgendwie die Stimme rausnehmen konnte werde werde ich es auf YouTube hochladen ich sag euch jetzt mal was passiert ist ähm und zwar war das so ich äh hab mich verirrt in den dunklen Gängen unten irgendwo und dann hat Ikuto Black mich zu sich rauf teleportieren wollen und hat gesagt ich soll die Leertaste drücken und um nach oben zu kommen hab ich getan und dann hab ich gesagt ich bin oben und hat er gesagt okay und hat mich dann hallo Yara willkommen auf meinem ah du bist Yara jetzt alles klar äh 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 hoi hallo ähm auf jeden Fall hat er dann äh äh wollen wir wieder gegeneinander ne äh 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 hat letztes Mal schon nicht so gut funktioniert das stimmt äh äh auf jeden Fall hat er mich dann wieder runtergelassen und dann bin ich plötzlich kam die Meldung bei Ikuto Black äh äh dass ich gestorben bin durch zu hohem zu hohem Fall äh äh ey wir haben uns so kaputt gelacht im im in dem Call dann es war so witzig ich weiß gar nicht wie lange wir eigentlich uns kaputt gelacht haben ich kann es gar nicht sagen war wahrscheinlich zwanz zwanzig Minuten sicher ne 15 mindestens ja mindestens 15 Minuten haben wir uns sicher kaputt gelacht ich werde es dann in den nächsten Tagen noch zuschneiden und dann kommt das auf YouTube Entschuldigung für den Rülpser alles gut und jetzt noch der Hitzki aah hehehehe jetzt kommt noch der Schluck auf ich komm wieder mit mit Mercy die passt so zu mir also ich meine wegen wegen dem Schweiz wegen dem Schweiz ja Keine Damm wegen der Schweiz fleisch fühlst du dich mächtiger Talan soll noch eine Mission vergeigt haben was ist denn los rede nur weiter, wenn du das andere Auge auch noch verlieren will oha ufo ha тоonym Spiele Ja, die möge ich nicht sonderlich. Schönes Kicken, das du machst. Ja, sonst kann ich die immer so schlecht heilen. Achso. Deswegen. Oh, mein Spiel leckt. Also, sorry, schon mal an alle. Boah. Ui. Ey, das ist ja schlimm. Das hast du aber in letzter Zeit recht oft, ne? Oh, ja, ich komm gar nicht klar. Ich habe dich nicht teleportiert, sondern in den Spectrum-Modus getan. Und lass, du sagst, dass du oben bist, habe ich diesen entfernt. Dann bist du falsch angeschoben. Ja, das meinte ich ja, Ikuto. Äh, in all diesen komischen Modus halt. Diesen, wie heißt er? Spectator-Modus. Ja super, ich laufe in die Wand. Läuft wieder prima. Kannst du ihn heilen? Heil ihn, Ossi, heilen. Bitte heil ihn. Danke. Bitte heil ein bisschen mehr. Oder heil generell. Ja. Ich höre Diva. Ah, ich bin voll reingerannt. Perfekt. Oh. Sehr schön. Ich stärke dich. Ah, da ist ein Diva drinnen. Oh, scheiße, bist du dort reingerannt. Aktiviere Heilstrahl. Bin direkt bei dir. So, Ära, bin da. Gemeinsam starten. Ach, scheiße. Ich verstarke dich immer noch. Komm hoch, komm hoch. Hab euch. Danke. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Danke fürs Heilen noch, während ich ihn hochgeholt hab. Au. Ich hätte nicht gedacht, dass der so weit kommt. Ich bin auf dem Weg. Was ist jetzt? Oh, Gott, das ist... Danke fürs Heilen. Ja, hinter dir ist Herr Moira. Ja. Shit. Nein. Komm, ich hole dich hoch. Mein Spiel. Auch, Isa. Sorry. Sorry. Noch 30 Sekunden. Wir müssen nur noch ein wenig durchhalten. Kälte sterben. Nimm dir die Kälte. Ich erhöhe deinen Schaden. Nein. Das ist dumm. Egal. Haltet los, wir sind fast soweit. Das ist... Das war nicht... Das war... Blöd? Wolltest du sagen? Ja, das war blöd. Help. Scheiße. Aber egal. Tut mir leid. Alles gut, ich lebe. Tatsächlich. Weiß man nicht wie? Ich hab gedacht, das wäre nicht mal so ne... Ey, ich hab den Bock wieder. Jemand ist dort hinten und bräuchte... Nee, jetzt braucht er meine Hilfe nicht mehr. Oder er kann meine Hilfe nicht mehr haben. Das war's mit mir gerade. Ach komm. Ach nee, komm schon. Hoch. Ah, scheiße. Sorry, Yara. Ich wollte dich hoch. Alles gut. Ah, hi. Hi. Hallo. Dieser blöde... Tank. Einfach mich aus dem Leben rausgenockt. Das war dumm. Das war... Waaat. Äh. Da haben wir... Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder das Gleiche. Nur dieses Mal von Diva. Ich sollte schnell zurück. Mein Auftrag ist noch nicht ausgeführt. Okay. Ich bin da. Jetzt. Ähm. Ja, gut. Kann ich das machen? Kann ich das machen? Nee, kann ich nicht. Ah, da bist du ja schon. Fuck. Wow. Au. Der kam unerwartet. Das kam jetzt sehr unerwartet. Pssst. Hm. Ja, gerade diese Szene, ne? Oh, Mann. Ja, gut. Ich bin schon bald Stufe 4. Äh, Battle Pass? Ja. Hm. Braucht nicht mehr so viel. Wann war der Start? Am 12. oder 13.? Äh, 13. Keine Ahnung. 12. oder 13. April war der Start. Und jetzt bin ich schon, äh. Und jetzt bin ich schon April, ja. Und jetzt bin ich schon Battle Pass Stufe 4. Hey, nein. Ich kann schon nicht mehr reden. Was ist los? Achso, ich kann, by the way, nur bis 20 Uhr bleiben, ja. Danach muss ich gehen. Ah, okay. Ja, das ist ja bald, ne? Ja. Puh. Gibt's da Nessen? Aber die anderen bleiben bestimmt noch. Ja. Oh, da gibt's sicher was Leckeres, ne? Da haben wir uns doch nicht entschieden, was wir machen. Aber. Du wohnst ja noch bei den Eltern, oder? Ja, aber die sind gerade nicht da. Ah. Bin mit da alleine. Ah. Ah, ist sie zu dir gekommen? Ja, für ne Woche. Ah. Ferien? Ja. Oster, oh Gott. Osterferien, ja. Ah, immer noch? Keine Sorge, ich bin direkt hinter dir. Ja. Zwei Wochen. Oder habt ihr einfach verlängert? Zwei Wochen. Ich kann euch nicht am Leben halten, wenn ihr abgelenkt seid. Ach so, ist das so von der Schule her? Ja. Hm. Wie man hört, machst du gerne Jagd auf Omnix? Lennst du Hammer drauf? Hör mir auf. Nein, danke. Ich hab oft genug gegen euch gekämpft. Du wirst mir zu. Aufgeplustert. Nimm's nicht persönlich. Aufgeplustert. Nimm's nicht persönlich. Also Heal bin ich. Und Maid ist auch Healer. Ja, perfekt. Egal. Darf ich danach mal Mercy spielen? Ja, klar. Weil mein Internet zeigt gerade wirklich nichts Gutes. Ja, klassischer. Und mit nem, ähm... Ähm, mit ner... Okay. Ich muss nach... Nein! Ich bin zu dumm. Ich muss dort heilen. Okay. Ich hab gerade gedacht, wer ist jetzt da runtergefallen? Egal, was ist im Besten? Oh. Äh, ja, gut. Ist mir auch schon oft passiert. Also, gegen ne... Ähm. Oh Gott. Tja, wie gattest du das jetzt? Mei. Ich sollte schnell zurück. Mercy ist... ...für dich, äh, frei. Oh, ich bin tot. Sorry. Kannst du ihn holen? Kannst mir das hier holen. Achso, meinst du? Okay. Ui. Ich... Gut. Bro, jetzt bei dir. Ja, jetzt bin ich einfach gerade gestorben. Das war blöd. Ich hab dich doch mal... Ah, ne, ne. Ähm. Ich komm nicht zu dir, Yara. Oh Gott, okay. Oh Gott, okay. Oh Gott. Ah. Ah. Was das wird? Nehmt ihnen alles. Ähm, Leute, ihr seid ein Mist abgeschnitten, ich komm nicht zu euch! Scheiße! Manu... Ähm... Ja... Ah, wart auf mich! Okay, noch mal. Ach, die lasse lieber! Ich komme! Ich bin wieder da. Danke! Also, der Clank ist halt komplett raus. Oh Gott, ich... Ah, geh auf dich! Down! Eiße! Sorry! Alles gut, ich hab verkackt, ich geh jetzt auf jeden Fall, ja. Okay. Okay. Ah, der hat seine Ult. Hm, ich wurde gehackt. Uh! Gegenverkehr! Hehehe! Wo sind die Gegner? Ähm... Da. Ja? Nee, sagen wir nicht, ich bin an ihnen vorbei gerast. Ja, genau! Und jetzt werde ich auch noch gekillt! Ja, super! Hehehehe! 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 Und dann erst noch von Liva! Oh Gott! Weil ich die Gegner gesucht habe, super! Das ist mir jetzt auch noch nie passiert, dass ich die Gegner suchen musste! Oh Gott! Oh Gott! Sorry, Monu! Warte! Ich hab dich! So, let's go! Oh Gott! Du stirb ich, du stirb ich! Oh! Sehr schön! Oh Gott! Nein! Oh, genau in dem Moment macht's Geruld! Kann ich da leider nicht holen? Hier ist ne Moira, btw! Ja, die nervt ein bisschen. Okay, wir sind alle tot. Scheibe! Ähm, ihr beeilt euch, ne? Ja, ja, wir haben's vor, wir haben's vor. Ach du, ah, sorry, sag doch, dass du hier wirst. Oh mein Gott. Ich bin tot. Jetzt, wo ich da bin, und ich bin schon wieder tot wegen Moira. Aaaaaaah. Moira ist so nervig. Hm. Ja? Oh mein Gott. Mach sie fertig. Oh, was? Schon wieder von hinten und das schon wieder von Moira. Ich glaub's nicht. Nein, nicht Risen, nicht Risen. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Shit. Bist du da? Bist du? Okay. Oh shit. Gute Entfassung. Alles gut. Oh nein. 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 Oh. Shit. Nein, ich bin tot. Ich auch. Na ja, ihr seht's ja. Ja, das Volk hat uns mit seiner Ult einfach ver- ja. Ja. Ja, jetzt sofort. Nein, 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 nein. Oh Gott. Okay. Ernsthaft. Okay, so. So war das nicht geplant, aber okay. Ich wurde während der Ult gekillt. Oder besser gesagt, als ich die Ult starten wollte. Okay, ich hab's natürlich auch am blödsten Ort gestartet, die Ult. gut. Genau so. Die war tot? Nein! Was ist denn das für'n Kack? Vollständig! Ihr seid noch im Leben, ne? Ist gut. Ja. Ich komme. Ja. Ich hab dich. Alles gut. Oh nein. Ich hab' gar nichts gesehen. Ich wurde nachher noch... Ich wurde gerade noch von links attackiert, dass ich mich... ...dass ich mich dann nach links gedreht habe. Also, ich hab' die Drehkippe. ... und du überraschend, komm' die Drehkippe. Ich hab' die Drehkippe. Und du pastest, die Drehkippe. Die Drehkippe. Was soll der Scheiß? Entschuldigung. Sorry. Shit. Oh nein, actually, der ist ein Old. Ich... Verdammt. Katschun, Katschun. Heute sind wir ein bisschen viel am Fluchen, habe ich das Gefühl. Ja, relatable bei den Gegnern. Ja, gut. Nein! Okay, dann. Bitte, komm schnell, komm schnell zurück, komm schnell zurück. Mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Oh nein. Nicht. Manu, 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 oh mein Gott. Der, Manu, wie hast du das? Okay, scheiße, never mind. Okay. Aber wir haben es ganz gut herausgezöckert. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt noch am Schluss mit dem Old noch so viele wegholen, dass ich, dass wir es wieder wegziehen können, aber war doch nicht so. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Spieler und wir wären eine volle Gruppe. Ja. Hoppla, Klo. Ja, das letzte Mal ist echt eskaliert, als wir alle gegeneinander gemacht haben. Ja, Mann und ich in einem Team sind einfach zu heftig. Äh, ja. Wie viel spielt ihr denn? Äh, aktuell nicht so viel, aber vor ungefähr einem Monat haben wir schon gesuchtet. Oh. Ihr spielt auch hauptsächlich, ähm, Komp, oder? Ja. Ja. Das erklärt einiges. Jut, das nehme ich dann. Komm. 260 Stunden. In Komp, oder generell, Manu? Retten wir mal wieder die Welt? Na dann los! Wow. GTA 900. Das ist gar nicht so viel, ne? Ihr werdet doch nicht sauer, wenn ich die meisten Kills abräume, oder? GTA hab ich auch. Aber ich spiel nicht so viel. Also ich spiel eher so wirklich Overwatch. Seit neuestem Resident Evil, wo ich noch nicht so weit bin. Der Evil Within, wo ich auch noch nicht wirklich weit bin. Weil ich einfach den Kerl nicht tot kriege. Aber Resident Evil sollte ich am Wochenende weiterkommen. Oh mein Gott, ja. Oh ne, die haben wir nur, du Mecker. So, wäre auf jeden Fall mein Ziel. Gut. Und, weg mit dir. Sie haben eine Diva. So, jetzt reicht's. Ich verpröviere jetzt. Find ich auch so. Sehr schön. Ah, ja, da bleibt gleich stehen, danke. Sehr schön, Anna. Äh, hört einer von uns der, der Ramma trifft? Weil ich kann den halt nicht halten. Ja. Ach, ja, wir haben alle zwei Kills, holy shit. Ja, also das ist natürlich nur Glück, ne, dass ich jetzt schon so viele Kills habe. Normalerweise bin ich schlecht da dran. Da kann der... Oh, scheiße. Ja, ich, ich kann dich halt nicht heilen, I'm sorry. Schon gut, schon gut, schon gut. Wir sind alle tot? Oh, stimmt. Ja, die Mauer hat mich bekommen. Dammit. Ah, wirklich alles. Das war jetzt doof, ne? Uff. So, jetzt. Ist fertig lustig. Ja, von hinten, genau. Mhm. Kommt noch von hinten, das ist super. Hab ich gar nichts dagegen. Das wird schützert. Uff. Shit. Ey. Die lesen aber auch echt. Oh, ne. Äh, Entschuldigung. Okay. Ja, sorry. Ich... Alles gut. Er hat jetzt da einen Dreifachkill geholt. Äh. Ja, das ist auch nicht. Das ist perfekt. Ich mach sie dem Merdboden... Ich... Schau dir ab, doch nicht da! Sie werden mich als Visier nehmen, wie du dich. Neue Meld, neue Diva! Neue Meld, neue Diva! Ach komm schon. So schnell wie du stirbst, kannst du das nicht sagen. Nein, sie ist so schnell in ihren blöden Dings reingestiegen. Ah, die Mercy hat mich in den Tod geboxt. Das ist echt, das tut schon weh, sehr doll. Ach komm, nein, 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 Choker Queen. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, Choker Queen. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Choker Queen. Ey, die sitzt da hinten, diese Diva. Wo kommt das Team her, wo der heck? Ach komm, nein, nicht schon wieder wegen Choker Queen. Ich hasse es. Diese blöde Choker Queen. Das macht sogar schon Choker Queen Jagd auf mich. Dieses Mal ist das nicht epic. Ja, es ist Junker Queen, aber alles gut. Wenigstens ist das diesmal nicht epic, Shadow. Als der auf mich Jagd gemacht hat. Oh je. Weisst du noch? Ja. Ey, der hat mich so auseinandergenommen. Ich habe so gewohnt, ja, ich mache ihn platt und dann hat er nur noch Jagd auf mich gemacht und hat mich so auseinandergerissen. Während May das gegnerische Team auslöschte, loslöschte er genau mich aus. Mir nah, wenn ihr könnt. Ich habe erst sieben Kills. What the fuck? Ja, meine Handlung ist auch nicht doll. Ich war noch nie so schlecht wie heute. Ach, same. Ey, scheiße, was ist los? Sie werden mich ins Visier nehmen, wie gewöhnt. Naja, auf mich kann man nicht, kann man sich momentan gar nicht zählen, ich sterb nur noch. Ich bin wieder völlig aus der Übung, ne? Habe ich das Gefühl... Nee, Moira, wo bist du jetzt? Wir bestrafen sie. So, radios hier und ingriff. Schub Düsen aktiviert! Regnen, Feuer und Flamme! Mit Feind in Sicht! Feinde im Arsch! Wir vaccnen! Das war dumm, das war dumm. Egal. Nein, Diva, nein, Diva, nein, Diva, nein, Diva, nein, Diva! Ich wäre lieber in den Abgrund gefallen, als von Diva getötet zu werden. Das ist weniger schmerzhaft. Ach, jetzt kommt die Mercy. Was ist das? Ein komplett Wasted Old, Alter. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Was soll das? Das war doch nur zum Warmwerden. Oh, ey, die... Ich fühl mich echt tot sehen, der. Oh je. Oh, ich, die hat mich. Ich weile. Nein! Nein! Systeminfiziert, was soll der Scheiß? Nichts ist infiziert. Oh nein. Corona vorbei. Ach komm. Komm. Ein bisschen weiter hätte er schon fliegen können. Ist unglaublich, wie gut ich früher war mit Diva und jetzt einfach plötzlich so völlig schlecht. und das mal was soll. Die sind... ...und ziemlich hoff. Ich sehe einen Gegner. Hier ist ein Gegner. So muss das. Wo haben wir hier mal... Ähm, hier ist ne Dracker Queen. Ein Punkt. Ach komm schon! Das ist doch nicht, das ist doch nicht mehr normal! Ach komm, scheiß auf den Meurer gekillt. Oh ne. Ah. Wir haben verloren. Ja, und... Hm? 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 Schon wieder ne Herausforderung. Ja. Wenigstens hab ich mein, das was ich gewollt habe, sogar erfüllen können. Von wegen Overwatch am Donnerstag. Hm? Hm? Es wär sonst schon echt sad geworden. Keine Overwatch am Donnerstag ist... Sünde für mich. Seit ich das eingerufen habe, dass Donnerstag Overwatch Tag ist, muss ich einfach Overwatch spielen. Und eben am Wochenende kommt Resident Evil. Und dann hoffe ich auch, dass hier viele dabei sind. Ich denke, Wochenende hat sowieso jeder, fast jeder Zeit eigentlich. Wolltest du Samstag oder Sonntag Stream? Ich würde sagen... Samstag? Aber bitte nicht wieder erst um 3 Uhr. Nee, 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 nee. Nee, 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 nicht um 3 Uhr morgens. Gut. Nee, nee, heh. Vor allem, ihr wolltet schlafen gehen und ich fang an zu streamen. Ey! Bruder Mau ist online! Komm, gehen wir! Hahaha. Das war echt cool. Habt ihr wenigstens noch Schlaf gekriegt? Ja. Na. Sechs Stunden, das passt schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange habe ich geschlafen. Wart. Doch. Drei Stunden. Fünf. Nee, vier Stunden. Drei, zwei, eins. Von Samstag auf Sonntag vier Stunden geschlafen und dann war ich wieder fit. Von Sonntag auf Montag... ...habe ich auch weniger geschlafen. So waren wahrscheinlich... ...zwei oder drei Stunden. ...und dann... ...von Montag auf Dienstag war es wieder relativ viel. ...war es wieder relativ viel. ...war es wieder relativ viel. ...aber ja. Ja. Oh, da ist ein... Super. Ach du Scheiße. Ja? Heute spiel ich... Heute spiel ich nicht so gut. Manu? Heute spiel ich nicht so gut. Ja, bei mir... Ich weiß nicht, was los ist. Ach, die haben live Reaver. Oh Gott. Ja, das wird los. Ja, das wird los. Ja, das wird los. Manu hat nur noch ganz wenig Leben. So wie es aus sich... ...und Jahre auch. Da ist Reaver. Ja. Der uns alle fertig macht. Juhu. Das habe ich gesagt. Der macht uns alle fertig. Ich hatte sogar recht. Zuerst hat der Monu gekillt. Dann mich. Ja, ich bin gerade vom ganzen Team weggelaufen. Und ich glaube... ...du, Yara, glaub hast du einen Rück-Clap-Down gekriegt, ne? Äh... Ja, weiß ich nicht. Ich kann Han so gar nicht spielen, ne? Also... Da bin ich eine riesen Flasche. Och, komm. Egal. Kann mir wer mitgefallen? Ich bin auf dem Weg. Danke. Shit. Das ist... Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ja, das könnte ich mir nicht machen. Woa... ...Und ich bin auf dem Weg.. ...ich bin auf dem Weg... ...ich bin auf dem Weg... Ich bin auf dem Weg. Danke fürs Heulen! Jo! Hinter uns! Oh, ich... Hab ihn! Sehr schön! Ach, danke! Hört und weg! Hier ist einer! Na raus gewandt! Für die, den Leuten für ein... So, der Ziegler durch den... Vorsicht gegen Verkehr! Oh, komm! F... 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 Team Valhalla! Oh Gott, nein, 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 nein. Och nein. Ach, komm schon. Mit dem Ult. Mit seinem Ulti. Ah, Manu, ist gerade die Wanne. Ah, fuck. Ich springe. Da. Haku. Hilfe. Nein. Oh. Huh. Ah. Tinkel. Wurde mein Team ausgekillt oder was? Ausgekillt vor allem. Hey, echt, ich geh nochmal in die Schule. Hinter uns ist ne Chaser. Die ist noch nicht bereit. Ich komme ja nach vorne. Ich bin auf dem Weg. Ja, die war alles klar. Bitte nicht angegriffen. Ah, nein, mein Team. Nein. Was ist denn das für ein scheiß Kackbaum? Entschuldigung. Ja. Ja, von Lifehüger. Okay. Also wenn ich mich nicht irre, nennt man das den Lebensbaum. Ja. Ja. Ähm. Ja. Ja, by the way, meine Ult, falls jemand will. Joker Queen kommt, aber... Ich mach den krummischen Lotus da weg. Was machst du denn das Old nochmal? Ach nein! Nein, komm! Sorry. Schon gut. Diese Scheiße. Diese Scheiße. Diese Scheiße. Diese Scheiße. Das ist doch schön. Ich meine schön. Nicht schön. Jetzt fang ich sogar schon an zu lespen. Sie ist schon wieder so weit. Legt er sich ernsthaft so... Oh, er hat zur Seite. Ja. Das tut er. Und weil ich mir jetzt einen Roboter genauer angeschaut habe, bin ich gestorben. Ah. Ich bin so blöd. Oh nein. Shit. Ich hätte mir ja auch einfach die Wiederholung anschauen können nachher. Aber nein. Ich muss das sofort wissen. Ja. Das ist schön. Ja. Und die letzte Runde. Bringt sehr viel. Ja. Aber, ey. Wenigstens. Wenigstens in der letzten Runde noch, ne? Kannst du nichts sagen! Ich bin voll da. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich hab dich. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Oh. Nein. Sorry. Schon okay. Wollte wohl niemand, dass man mir wiederhelft. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Die haben ne. Wie heißt du? Ich hab meinen Namen vergessen. Die ist irgendwann. Ah. Die. Die. Diese Komische da auf jeden Fall. Ah, Fahrer! Meine Güte. Genau. Die, die du sowieso, vor der du immer sagst, auch nie. Ich komme. Ich nehme diese Abkürzung da. Ich will nämlich auch ein bisschen Spaß. Oh Gott, das könnte man so zweideutig verstehen. Okay, Manu macht garantiert... Ich bin tot. Ich bin tot. Macht sicher den Highlight des Spiels. Mit seinen 23 Kills. Ja, hoffe ich auch. Ich habe ihm eine Ult gegeben. Ja, gut. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Ja, ich... Manu ist so ein Knecht. Das ist aber nett, du bist so ein Knecht. Sehr nett. Das ist ja wie wenn ich mit... Ich brauche Heilung und guck mich an und renne dabei weg. Das... Bitte nicht, bitte nicht Dings angreifen, der hat gerade eine Ult gemacht. Ich meine... Das kenne ich irgendwie das Wort Knecht von meinen Kollegen her, von früher. Der Roboter... Ähm... Du musst immer noch beim Roboter sein. Aber sonst dürften alle weg sein. Ich bin auch gerade gestorben. Aber ich bin auf dem Weg. Ja, nur für sich Ultet, Alter. Ich bin wieder da. Okay. Papi. Perfekt. Let's go. Oh. Oh nö. Let's go. Ich bin da. Wir sind da. Wir sind alle da. Hahaha. Wir werden dieses Mal nicht sterben. Sag das nicht. Noch. Wir haben ihn gekillt. Das ist der Nächste. Jetzt komm ich wahrscheinlich... ...nach und nach. Okay, okay, okay. Yes! Das war knapp. Stopp. Da mag jemand die Malra nicht. Easy. Nein, ich war's. Oh, der. Na gut. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Ich wünsche dir noch einen guten Appetit. Danke. Je nachdem, was es geht, kannst du mir ja dann sonst noch per Privatnachricht schreiben, falls du Bock hast. Ich glaube nicht, aber... Ah, okay. Gut. Easy. Viel Spaß euch. Und bitte zu. So, dann machen wir noch mal eine Schnellsuche... Dieser Typ mit der Krone. Das ist ja dann anche... ...Sick mal? Ja, aber ich finde, dass... ...sieht nicht so gut aus... ...hat schon besser ausgesehen. Wählen Sie Ihren Helden. Ich weigere nicht zu glauben, dass du magische Heilkräfte hast. Wissenschaft, die wir noch nicht verstehen, wirkt oft wie Magie. Genau, ich muss lernen, wie es funktioniert. Oh, es geht schon los. Ja, ja. Aber hast du immer noch... Bist du immer noch am Anfang? Auch wenn ich den Bogen mit Präzision führe, mit dem Schwert war ich noch tödlicher. Das kenne ich. Manchmal denke ich auch so, es geht schon los. Von dem Krieg, da habe ich nicht mitgekriegt. Ich fühle gerade so mit dir, ganz ehrlich. Da, so, Diva. Jetzt. Ich bin nicht zu... Heilig dich. Sagst du mir, wenn du Heilung... Ja, komm schon, geh da durch. Ha, blöd. Falsche Taste gedrückt, ne? E ist nicht zum Laufen, Mann. Weh ist zum Laufen, aber nicht eh. Ich habe die ganze Zeit E gedrückt und habe gedacht, hä, wieso läufst du nicht nach vorne? Ich wollte dich nämlich wiederbeleben und drücke die ganze Zeit ernst und weh. Und du hoppst ja hinter diese blöden Zeugs herum und denk mir so, wieso gehst du nicht nach vorne? Oh je. Wieso bin ich schon müde? Das geht aber gar nicht. Müde? Ich war so auf ihrem Kopf drauf. So fanden. Oh Gott! Ja, gut. Den habe ich nicht von dort gesehen, aber okay. Ich glaube, nach dieser Runde würde ich auch... Schluss machen. Ja. Dann äh... Ich steigere deine Fähigkeiten. Noch mal was essen, obwohl ich eigentlich schon was hatte, aber noch mal. Ich bin's. Essen geht immer. Hahaha. Aua, von hinten. Jetzt mal schießt er. Äh, schaust. Au. Mann, nee, wer war das jetzt von hinten? Nee, das war nicht mal von hinten, das war von vorne. Das war die... Wie heißt sie? Widowmaker. Den schönsten Head... Den schönen Headshot mir verpasst. Nimm Engel! Nimm Engel den Headshot. Geht's noch? Hahaha. Ein Engel stirbt doch nicht. Wow. Jetzt hast du aber... Mir geht's! Wie hab ich das gemacht? Du willst mir jetzt nicht sagen... Du weißt nicht, wie du das gemacht hast. Doch. Okay. Ich bin zu unterstützt von hier. Normalerweise bin ich da der, dass der sowas fragt. Hast du nicht? Bugs kleiner! Diese Ratte, ne? Komm, ich halt dich. Flanger. Komm. Ach, nee, komm schon, jetzt fall ich schon wieder dort runter. Aua. Oha, Bestchen. Den hat man nicht so gerne. Das Mensch macht Spaß, ich sag, es ist. Ich habe ihn auch schon versucht zu spielen. Keine Chance. Überlegen gerade, wie können wir uns das noch töten? Das überlegen die, ja. Ach scheiße. Aber die können nicht raus. Ich weiß nicht, es ist jetzt einfach. Sie.